so hallo ihr lieben schön dass ihr reinschaut ich grüße euch zu einer neuen runde station hier ist hier mit diesem wunderschönen sonnenaufgang ich habe gedacht wir fangen heute mal ein bisschen rammontischer an ja ihr lieben schön dass ihr reinschaut vor allen dingen auch hallo an die lieben youtube zuschauer und an den jonas hallo hallo frank dann hallo bernie hallo wie kerstin hallo roger schön dass ihr da seid ein schöner sonnenaufgang genau habe ich mir auch gedacht und ich habe gedacht wir können uns einfach mal diesen anblick dieser mittlerweile doch echt großen ich will etwas ja immer wenn ich tatsächlich am rumfliegen bin mich dann doch etwas überrascht wie groß ist mittlerweile geworden ist einfach so ja der lieben wir haben heute viel vor aber ich würde sagen wir quatschen mal erst über das was jetzt so gerade tatsächlich phase ist der letzte sturm ist gar nicht so lange her aber wir hatten durch den vorletzten sturm hatte ich hier gerade mal zwei batterien entladen aus irgendeinem grund ziehen die transformatoren momentan hauptsächlich von der sonnenseite oder von der solarseite und auch die batterien sind quasi aktuell nicht leer zu kriegen jetzt nach dem sturm ist natürlich auf der linken seite alles voll der transformator zieht irgendwie nur von da ich ja ich weiß nicht irgendwie die die steuerungen scheint mir ziemlich random zu sein von wo irgendwas gezogen wird auf jeden fall haben wir keine stromprobleme aktuell und ich glaube wir werden auch lange jetzt erstmal keine haben sollte es demnächst mal wieder dazu kommen dass wir stromprobleme bekommen dann werden wir einfach die kapazitäten sowohl auf der sonnenseite als auch auf der windseite deutlich erhöhen und gegebenenfalls müsste man dann auch noch mal sich überlegen ob man irgendwie sinnvoll die transformatoren schaltet meinetwegen das immer von da gezogen wird wo die höchste kapazität ist so keine ahnung habe ich mir mal überlegt wäre vielleicht sinnvoll einfach also bei uni würde ich so machen ich würde einfach sagen so ebst wo ist die größere kapazität sie bitte erst von da das ganze mit einem filtergatter behandeln und dann wäre das thema durch weiß nicht wie station ist damit klarkommen würde wenn man quasi instant immer rumwechselt zwischen den beiden ja zwischen den zwei transformatoren ich könnte mir vorstellen dass das nicht so geil ist aber egal zukunftsmusik dann was habe ich gemacht ich habe eigentlich hauptsächlich farbe überlegen gepinselt wo farbe gefehlt hat und nachdem wir beim letzten mal ja hier ziemlich heißes lachgas reingefüllt haben und noch irgendeinen anderen schmutz da reingebracht haben habe ich das ausgefüllt hat und habe tatsächlich hier das lachgas und auch den wasserstoff kreislauf hier wieder runter gekühlt auf die 30 grad was das eigentlich haben sollten und ja es halt auch noch so eine baustelle wo ich noch nicht so genau weiß wo wir weitermachen werden oder wie wir es hier machen werden fakt ist wir haben beim letzten mal hier aufgehört mit dem sterling und das wäre jetzt auch etwas womit ich anfangen wollen würde wir haben hier 626 grad an gasen drin die würde ich gerne über den sterling runter kühlen energie dabei gewinnen und nach möglichkeit nicht in irgendwelche löcher fallen deswegen verkabelt hatte ich es noch zum schluss ich weiß gar nicht ob ich das noch im stream gemacht hat oder kurz danach auf jeden fall habe ich das kabel gelegt bis zum sterling der ist auch verbunden da ist auch einmal wasserstoff drin das könnten wir auch einfach mal eben hinschmeißen und mal gucken wie heißt es ist 142 grad interessant wäre jetzt bei naja also das ist eigentlich sogar schon relativ nah an der maximaltemperatur was ich so schätze also ich denke höher als 800 grad wird es nicht großartig kommen keine ahnung ist mal auf dauer beobachten die frage ist wie wie hoch geht der druck hier in dem smart kanister der ja tatsächlich eine kapazität hat von ja rund 18.000 kilo pascal und ja wie weit kommt das gas da drin an dem maximal druck wenn es erhitzt wird und das ist eine frage die ich noch nicht beantworten kann plan für heute bombe basteln nein plan für heute erstmal den sterling einschalten und gucken was hier passiert ich hatte weiß habe ich das da drin nene ich habe den pflanzen analysator drin oh ja da kann ich gleich auch mal was zu sagen wir sind nämlich jede menge pflanzen verreckt weil die pilze einfach gar nicht die pflanzen die da drin waren hatten einfach nicht mehr genug co2 dann sind wir die einige verreckt deswegen sind aktuell nur noch sechs fahne da und sechs pilze und die halten das gleichgewicht und dann verreckt mir da auch nichts deswegen die tomaten habe ich jetzt meine tonne gehauen beziehungsweise erstmal nicht weiter angefasst so ich hätte gerne den netzwerk aus dem netzwerk analysator chip tracker dann das mal weiter schalten ansonsten wie geht es euch ihr lieben ich hoffe ihr hattet einen schönen tag so jetzt eben wieder zwei stunden hier in der hand das war doch achtet man nur für kabel das waren das noch mal für ein modul was ich da brauchte da habe ich das drin gelassen das kann natürlich auch sein wie zu tun hoffentlich hattest du einen entspannten tag ja 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 ich hatte schule ich hasse schule dem ist nichts hinzuzufügen konfigurations analysator ich glaube der was naja das wetter war hier heute nicht so prickelnd bei uns ging es eigentlich ganz gut also es war kein schlechtes wetter ja auf jeden fall möchte ich heute an der geschichte dahinten weiter basteln und im zweiten teil möchte ich mich eigentlich mal dem meinen widmen und da bin ich sehr gespannt drauf wie sich das ganze verhält so wir sehen jetzt der druck hier wir müssen temperatur von 766 grad calvin äpfel was soll der scheiß 493 also sind das calvin ok wir haben 493 grad wir haben hier 619 das heißt theoretisch könnte es noch etwas heißer werden theoretisch weiß ich nicht aber tendenziell ist das was da drin ist das maximale an temperatur zu dass es ansteigen kann so jetzt haben wir einen druck von 3400 kilo pascal der druck sind natürlich jetzt immer weiter aufgrund dessen dass die temperatur natürlich auch abfällt weil die temperatur hier außen natürlich auch abfällt und wir haben eine power generation von 356 watt das ist nicht so viel aber dafür dass wir das quasi kontinuierlich einfach so verbrauchen ohne dass wir dafür was tun müssen ist das voll in ordnung ja sehr arbeitsreich station ist arbeit oder arbeit genau station ist arbeit oder arbeit ok 356 wir hatten jetzt einen druck von 3443 das würde für mich bedeuten dass wir vom druck auf jeden fall deutlich höher können als das was wir beim letzten mal da reingeballert haben das heißt das geht mir jetzt mal weg und nehmen uns jetzt mal eine flasche mit mehr druck und dann gucken wir mal wie sich das so verhält auch mit dem power output ich habe ein bisschen ohrwurm von super mario die aufwendigere sorte jetzt bin ich verwirrt was denn jetzt noch aufwendiger station ist jetzt aufwendiger bei dir für als arbeit oder umgekehrt kommt das passt schon so wir haben hier beim letzten mal wie viel 1250 kilo pascal gut dann gehen wir jetzt mal auf 3000 ok 3039 dann schauen wir doch mal wie sich das so verhält schlimmsten fall fliegt uns das gleich alles um die ohren wäre nicht so cool aber dann haben wir wenigstens was ausgelernt kicken wir mal falsch was da gleich so schön was passiert vor allem gespannt wie sich jetzt so der output dann verhält so wir sind jetzt auf da muss ich jetzt gerade noch ein bisschen einpendeln der beschrift da exakt einstellen ja hätte ich machen können aber da hier ist gerade sowieso nur um rumba raten bin bernie ja der output geht gerade schon massiv weit runter die ganze zeit obwohl die temperatur ist gar nicht so hart abfällt also druck technisch geht da noch was ok jetzt sind wir auch mittlerweile bei 552 watt wird das heißt wir können noch mehr drauf geben jucke mal los glaube ich mache einfach mal eine zweite flasche smart kann ist da fertig wir haben es doch dann können wir auch einfach mal eine neue flasche machen da war noch was dran jetzt gehen wir höher auf immer auf das doppelte um die 6000 schau mal wo wir dann gleich landen problematisch ist halt wenn unser abgas tatsächlich noch heißer werden würde aber ich bin sowieso noch nicht ganz sicher wie wir das ganze überhaupt da noch steuern werden ob wir einfach immer dann wenn wenn hier zu viel druck ist was ablassen und der sterling quasi durchgehend läuft keine ahnung so wir bleiben schön an dem ausknopf die mal schraube ja jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken bin ich ganz ehrlich ach ich glaube ich weiß sogar warum sterbe ich jetzt oder nicht hallo hallo spiel ja ok wiederbeleben ok da war die bombe sauerstoff stand kritisch druck kritisch batterie stand kritisch ok das ist ja relativ harmlos ich habe jetzt eben erwartet dass unsere ganze base weg ist ok es war jetzt für mich ein relativ großes boom aber hier war das anscheinend nicht so ein großes boom das ist ja harmlos das ist irgendwie gedacht das wäre schlimmer schade ne schade schokolade ok ok was war das problem ich habe glaube ich eine ahnung was der denn wo ist das ding denn jetzt hast du das umbindernd ach ne ist hier mit i geschrien sterling so glaube ich bin über diesen druck gekommen ja ich war bei dem druck von ich war bei dem maximalen druck von dem kanister ich habe mich auf jeden fall massiv erschrocken da bin ich ganz ehrlich ich habe mich richtig 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 erschrocken uff ey er hat es rausgefunden ja 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 da war was tatsächlich habe ich erwartet dass mehr passiert mein gut ist es jetzt nur druck technisch auseinander geflogen das war jetzt keine explosion in dem sinne was sagt der chat muss ich jetzt mit den folgen leben oder laden wir neu scheiße kacke kommen jetzt wieder überhaupt wieder raus wo ist eigentlich so mein kumpel also mein alter kumpel bin schon echt weit geflogen ja wer ist denn jetzt hier anwesend jetzt seid doch mal nicht so zögerlich einfach mal reinschreiben neu laden oder nicht was ist denn da los bei euch problem ist gerade eher dass ich meinen kumpel hier gar nicht wieder finde ich würde ihn aber trotzdem gerne finden wie weit bin ich denn geflogen okay das ist schon sehr weit alter das ist schon wohl ein stückchen ich bin weiter geflogen als meine base lang auf jeden fall einen homerun oi 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 so beenden Ja, okay, das habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt, dass wir heute relativ früh neu laden müssen. So, eher so gar nicht. Aber hey, wir haben wenigstens mal herausgefunden, was so das Maximum da bringt. Interessant wäre natürlich gewesen bei maximaler Temperatur. Aber gut. Ach, hier hat es geladen. Okay, wir waren bei 1000, ne, wir waren bei 6000, ne? Ich habe nur keine Ahnung. Gucken wir jetzt gleich nochmal, wie weit es hoch ging. Ich glaube, es ging bei 3000 so auf 6000. Gucken wir mal 4000. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Würde ja Puffer drin lassen. Ja, ein bisschen Puffer ist okay. Schauen wir mal gleich, wo er landet. Zur Not nehmen wir nochmal raus und machen nochmal was raus. Problem ist ja gerade auch, dass ich nicht so wirklich weiß, wie heiß der Abgastank wirklich mal werden könnte. Wir schalten ihn ein. Haben wir gesagt 11.000, ne? Das ist mir zu knapp. Okay. Vielleicht gehen wir doch auf 3000. Die mal leer hier, bitte. Je nachdem, wie du verb... Ja, ja, genau. Aber eigentlich war ich das letzte Mal eigentlich ziemlich sparsam. Aber man muss ja auch noch bedenken, ich habe ja immer relativ viel Vorpuffern, ne? Wo dann das heiße auch draufgelagert wird. Und das gleiche passiert ja dann auch nochmal beim Sterling. Also ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht mehr so ewig heiß wird. Aber gut. So, wir gehen mal runter auf 3000. Nicht höher, runter. Damit soll es dann gut sein. Also die Leute, die jetzt zu spät kommen, die ärgern sich heute, dass sie den Knall verpasst haben. Aber so sind wir auch noch nie angefangen, ne? Mhm. Und eigentlich gab es ja relativ, relativ wenig Explosionen bei mir. Hallo Savage, ich grüße dich. Savage? Savage? Grüße dich. Auf jeden Fall. Äh, die haben dann quasi den Knall nicht gehört. Ja, das, das, das passt ganz gut. Okay. Ähm. So, wir sind dann jetzt bei 600 Watt oder sowas. Ist voll in Ordnung. Kann er von mir aus so rödeln. Wir haben auch noch einen Puffer drin. Ähm. Ähm, die Frage ist halt, wie heiß könnte es werden, das müssten wir auf jeden Fall beobachten. Ähm, so. So, jetzt kommen Überlegungen, die ich habe, also einerseits brauche ich noch Kaltgas, das ist jetzt mal außen vor. Was passiert jetzt mit dem Abgas hier? Ab einem gewissen Punkt muss ich es erstmal ableiten, dass wir hier auf jeden Fall nicht zu viel Druck drin haben. Das ist wichtig. Ähm. Und. Und, und, und. Ähm. Irgendwie wollte ich ja, das Polluted kann auf jeden Fall immer an sein, von mir aus. Aber, ist das Polluted auch das Erste? Ja. Okay, da ich das aber in Reihe geschaltet habe, kann das nicht. Nee, das Polluted wollte ich ja auch drin lassen. Zwar haben wir ja mittlerweile 30, oder wir haben da 30% Polluted drin, was natürlich auch jede Menge Energie gespeichert hat. Und es wäre Quatsch, ähm, es wäre tatsächlich Quatsch, das nicht zu nutzen. Ähm, die Frage ist, entweder brauche ich das hier noch um. Der im Endeffekt eh nur einen Kreis gefahren, ne? Ja. Also ich bekomme mit dem Polluted, bekomme ich auf jeden Fall Probleme. Genau wie mit dem N2O. Wann kriege ich damit keine Probleme? Bei Polluted ist mir das scheißegal, das kann ich mit 160 Grad rausfahren. Ich glaube, dass ich dann sowieso nicht mehr großartig an, äh, hier an Strom machen werde damit. Keine Ahnung, wie viel es tatsächlich dann ist. Wir sind jetzt bei 500, ähm, wenn die Temperaturen noch um 200, 300 Grad sinken, könnte ich mir halt vorstellen, dass wir da wirklich, ähm, 100, 200 Watt Bereich sind und dann ist es auch peng. Ähm. Das würde ich halt ab 160 Grad tatsächlich dann auch ablassen wollen. Lachgas ist eine andere Geschichte. Aktuell ist es ja so, dass ich mein Lachgas mit 30 Grad lagere. Warum das Ganze? Ganz einfach, weil ich noch nicht weiß, wie ist das mit der Stromerzeugung mit Lachgas und Wasserstoff. Also als Gemisch. Da ich das Ganze noch nicht ausprobiert habe, weiß ich nicht, ob ich es brauche. Wenn ich es nicht brauche und ich das wirklich nur über das heiße Gas hier mache, dann kann ich auch einfach drauf scheißen und mein Lachgas 160 Grad heiß machen und lagern. Dann habe ich kein Problem mehr damit, dass es flüssig wird. Das wäre die einfachere Variante. Ich weiß aber nicht, ob es sinnvoll ist, das tatsächlich noch bei 30 Grad zu lagern. Das ist mein großes Problem und das wiederum bedeutet für mich, dass wir das Ganze mal ausprobieren müssten. Das ist jetzt eigentlich schon wieder total fernab von dem, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Aber das passiert ja ungefähr immer so nach einer halben Stunde. Und ja. Zu wenig Explosion. What? Moin, ich habe da so einen Boomclip im Discord gesehen. Also Zelsa und Hallo Damage, ich grüße euch. Ja, da war was. Ich habe eine kleine Sache nicht mehr im Kopf gehabt. Die hat mir das Spiel dann mal eben aufgezeigt. So, ich suche einen Generator. Ich will diese Frage nämlich endlich mal geklärt haben, inwiefern ein Gastreibstoffgenerator für mich interessant ist oder nicht. Und wie viel Unterschied ist, ja, oder wie viel, wie viel weniger oder mehr ich produzieren würde als mit einem Sterling. So. Dafür muss ich das ganze Ding bauen. Das baue ich am... Tüm, 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 tüm. Aus dem Bausatz im Elektronikdrucker. Bausatz, Gas, Treibstoff, Generator. So. Generator, vielleicht. Turbine, Turbinen-Generator, Gas, Treibstoff-Generator. Was ist ein Turbinen-Generator? Turbinen-Generator. Danke für nichts. Das steht nichts. Was ist das denn für ein Müll? Oder, ja, was ich mir jetzt darunter vorstellen könnte, ist quasi... Einfach eine Turbine, die über Fluktuation vielleicht funktioniert. Er ist noch mehr Zicke wie die Sterling. Wünsche dir viel Erfolg. Ja, gucken wir mal. Damage, gucken wir mal. Es ist das, wonach es aussieht. Also einfach nur eine Turbine, die durch Fluktuation Strom erzeugt, ja? Gut. Okay. Finde ich gerade... Gerade finde ich es sehr... sehr uninteressant. Vielleicht wird es noch interessanter für mich. Mal schauen. Auf jeden Fall möchte ich das Ding gerne ausprobieren. Einerseits mit Wasserstoff und... Mit Wasserstoff und, und O2. Und einmal das Noss-Gemisch würde ich gerne ausprobieren wollen. So, wo stelle ich das Ding am besten hin, damit es mir nicht alles kaputt fetzt, wenn ich es... Ach komm, wir stellen es einfach mal hier hin. Oder aber... Ich stelle es einfach direkt hier hin irgendwo, wo ich auch an die direkten Rohre dran komme. Das wäre auch interessant. Na gut, durch den Druckunterschied bewegt sich Luft, aber ja. Okay. So. Wir stellen das Moped mal hier hin. Wir haben Stromeingang. Wir haben... Okay. Ich bin ganz ehrlich. Wenn das Ding hier in die Luft fliegen sollte, warum auch immer, dann haben wir ein richtiges Problem. Will ich das? Also, wenn die Tanks da in die Luft fliegen, dann ist die Base weg. Bin ich mir ziemlich sicher. Dann steht hier nichts mehr. Deswegen, vielleicht machen wir das lieber hier. Und arbeiten mit Flaschenentleerern. Bitte nicht zu nah an der Base, aber für den Clip cool. Stark. Nicht mehr machen. Boah, jetzt kriege ich gerade schon wieder so ein bisschen Angst hier. Was tue ich denn jetzt? Was tue ich denn jetzt? Oh, Mann. Okay. Keine Ahnung. Wir gehen hinten einfach... Wir gehen einfach weiter nach hinten. Conny hat Schiss. Conny hat ganz viel Schiss. Aber mich zu nah an der Base, der machte erst mal eh nicht bumm. Ja, 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 klar. Wir bauen hier mal wieder so eine kleine Versuchsanlage hin. Öh... Öh... Ich erzähle dir da was soll das hier. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, kann mir jemand erklären, warum das Kabel da hinten durchgebrannt ist? Ist das richtig verbunden? Ist das richtig verbunden? Oder so? Aber eigentlich dürfte da ja nichts passieren. Ich hätte doch in die... Stream-Beschreibung heute reinschreiben sollen, dass wir irgendwie komische Boom-Sachen machen. Weil die Windanlagen direkt in die Batterien ballern lässt und das über 100 kW sein können. Warum können das über 100 kW sein? Es sind nur die zehn Windanlagen, die maximal 10 kW machen. Stück. Stück. Also warum sollte das so sein? Warum ausgerechnet hier dran, weil das ist so der weite entfernteste Punkt von dem, was, was, was ganz böse endet. Weil du Winter... ... ... ... Ja, gut. Dann ist das so. Wenn das nächstes Mal durchknallt, dann sind es halt nur neun und dann ist mir das auch egal. Übrigens, Damage, ich habe das nachgerechnet, na? Also wie du auf über 100 große Batterien bist, die Rechnung stell mir bitte nochmal bitte ins Discord rein. Du hast ja beim letzten Mal gesagt, wenn ich das alles speichern wollen würde von einem Sturm, ... würde ich über 100 der großen Batterien brauchen. Also ich hätte diese Rechnung nochmal gerne im Discord. Danke. So, was brauche ich? Ich brauche... Ich brauche ein paar isolierte Rohre. Ich würde auch zumindest temporär mal einen... Ach, ich habe da hinten... ... habe ich eigentlich noch Schrott liegen, wer demnächst mal entsorgt werden soll. Ich glaube, da ist auch ein Gas-Tank. Obwohl, ne, ich kann eigentlich auch... Ne, 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 rechne mir das mal aus, bitte. Wie gesagt, ich möchte gerne die Rechnung wissen, die du da aufgestellt hast. Würde mich sehr interessieren. Also ich komme mit meiner Rechnung auf jeden Fall nicht auf über 100 große Batterien. Aber du kannst mir das gerne nochmal eben aufschreiben. Ne, 10 Windkrafträder. Wie viel die in einem Sturm maximal speichern müssten. Maximale Sturmlänge und so. Und dann sag mir mal, wie viel Strom die produziert haben. Würde mich sehr interessieren. So. Ich wollte... In dem isolierten Tank, dann kann ich das vielleicht doch noch irgendwie nutzen, das Gas. Okay, habe ich, habe ich, habe ich. So Frames wären auch ganz nett. Eisenrahmen. Bleche. Ah. Ich finde es so schade, dass... ...wir gestern die Entshrouded-Demo durchgespielt haben. Äh. Ich hätte so gerne noch ein bisschen reingesuchtet am Wochenende. Aber wenn man dann wirklich alles schon gesehen hat, ist es ein bisschen über. Fantastisches Spiel. Ich habe ein bisschen reingesucht! Ich habe ein bisschen reingesucht. Das ist dann schon gut. Französisch, die Ahnung. Also was brauche ich alles? Ich brauche den Treibstoffhain hier. Das kann man auch einfach umdrehen. Nicht so ein Problem. So dann brauche ich den isolierten Gastrank. So. So und einen Eisenrahmen habe ich noch. Den würde ich dann gerne nach hier setzen. So. Hallo Peaches, ich grüße dich. Okay, jetzt mal eine Frage an die Leute, die es schon öfter gemacht haben. Na, wenn ich jetzt mal wirklich durchmessen möchte, wie viel Strom ich produziere, wie viel Smartkanister müsste ich denn hier wohl rein entladen? Hat der Ding eigentlich einen Minimaldruck oder so, was der braucht? Generator. Schau mal kurz nach, was wir da noch beistehen haben. Ich habe weder eine Angabe darüber, wie viel das Ding verbraucht pro Sekunde, noch ob der einen gewissen Vorlaufdruck haben muss. 20 Kilopascal braucht der als Vorlaufdruck. Die Stromproduktion hängt von Gasdruck und Gasgemisch ab. Nein. Das ist ein verdammter Generator. Da schiebt man was rein, dann macht der Strom. Warum ist denn das schon wieder so bescheuert kompliziert? Also ich kann verstehen, dass er halt irgendwo einen minimalen Gasdruckvorlauf braucht. Das ist ja furchtbar. Okay. Man muss das Spiel eigentlich alles so kompliziert immer machen. An Sachen, wo es nicht kompliziert sein muss. Okay. Ich habe ihn dann zum Testen und zwei Smartgaben sind noch viel komplizierter, wie du ihn dir bisher vorstellst. Na, tolle Wurst. Ähm, okay. Ja, wisst ihr, also ich, 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 ich hatte mir jetzt einfach so, ne, quasi, einfach wie so ein normales Dieselaggregat oder so vorgestellt. So, ja, da kommt der Treibstoff rein, ne, zack und dann läuft das Ding und macht Strom. Easy. Dass da wieder eine halbe Wissenschaft rausgemacht werden muss, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. So, ich brauche hier auf jeden Fall ein, ich glaube, wir fangen mit, mit dem Wasserstoffgemisch an. So, da haben wir jede Menge hier. Ich muss nur gucken, dass ich das mal irgendwie noch irgendwo abzapfe. Also, also, da ist auf jeden Fall jede Menge. Ich vermute auch, dass du den heutigen Stream komplett brauchst zum Verstehen. Oh mein Gott. Warum? Ich wollte eigentlich was anderes machen. Und drei bis vier Generatoren. Nee, das ist mit Sicherheit nicht der Mensch. So, ey. So. Wenn wir erstmal hier irgendwie, irgendwie muss ich hier einen Kanisterlader draufsetzen. Ich glaube, das wird schwierig. Obwohl, ganz ehrlich, juckt mich da tatsächlich. Also, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass das Lachgas-Wasserstoffgemisch mehr Strom produziert. Also, wahrscheinlich so ungefähr um das Doppelte. Ist das korrekt? Weil ich ja auch ungefähr das Doppelte an Temperatur rauskriege aus dem Gemisch. Würde ich jetzt mal schätzen, dass das Ding halt ungefähr mit NOS doppelt so viel Strom produziert. Vielleicht können wir ja schon mal diesen Test dann komplett schon mal einstampfen. Jein, eher das siebenfache WTF. Okay. Gut. Damit ist das schon mal, ist der Test mit, mit, äh, H2O2 schon mal gestorben. Dann geht's mir jetzt nur noch darum, will ich zukünftig Notstrom über, über Dingens, über Sterling oder über den Generator machen. Beruhigen Sie sich. Ach, was ist passiert? Wie gut, dass ich keine Batterie da drin habe. Hört sich gut an. Hört sich fantastisch an. Ich glaube, jetzt muss ich neu laden. Ne, ich habe Glück gehabt. Na, obwohl irgendwo fieh ich dir noch was durch die geht. Wo ist das Ding denn jetzt eigentlich losgegangen? Was ich jetzt gerade nicht verstehe, ist, warum hatte ich überhaupt ein Gas da drin? Das hätte ich nicht haben dürfen. Okay, der Gastank hat auf jeden Fall ein bisschen was abgekriegt. Warum hat die blöde Sau da überhaupt was reingepumpt? Also ich habe das doch passend, das passend, das Rohr weggenommen. An dem Stück hier habe ich das doch weggenommen. Was ist denn angemacht? Weil der Tankdruck genau in dem Moment runtergegangen ist. Deine Schaltung hat den Mixer angeschaltet. Warum sollte der Tankdruck runtergehen? Der hätte hochgehen müssen. Stehe ich nicht. Okay, es ist zum Glück nichts passiert. Außer hier und da ein bisschen Schaden an irgendwelchen Sachen. Halb so wild. Wäre es schlimmer gekommen, wäre der Tanki mit hochgegangen. Dann wäre es vorbei gewesen. So. Naja, wie mache ich das eigentlich? Eigentlich ist das dämlich, was ich hier mache. Eigentlich ist das dämlich. Ich brauche nochmal ein neues Garant. Naja, es wäre eigentlich sinnvoller, das über eine separate Leitung zu machen. Dann brauche ich nicht hier die ganze Zeit an dem Ding hier rumpentieren, das gesteuert ist. Das macht nämlich so keinen Sinn. Da sind wir gerade nochmal ordentlich den Tod von der Schippe gesprungen. Ich habe ja viel zu viel Vertrauen in Conny. Viermal, was? Was? Viermal? Zum Glück hat Conny die Tanks draußen innen, wäre es bei mir gelaufen. Ja. Noch ein schöner Vorteil, wenn man die Sachen draußen stehen hat und nicht alles eingehaust hat. Später ist es eine andere Geschichte, wenn man schon ein paar Mal gespielt hat. So, ich brauche einen Mischer, ne? Mischer. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding hieß. Ganz Mischer. Ich glaube, das ist er. So, das wird jetzt unfassbar widerlich aussehen. Ich habe das jetzt einfach alles in die Luft hängen, aber es ist mir gerade egal. Über 13 Etagen mit 7 x 8 x 2 Räumen, alles weg gewesen. Nicht so cool, oder? So. So. Strom da drin. Strom da drin getüdelt. Stop. Ich glaube, vielleicht erst eingestellt. 50-50. Ja, ich habe noch ein kleines... Na gut, das können wir vielleicht verkraften, dass es nicht ganz sauber wird. Kann ich leider nicht verhindern. Kann ich leider nicht verhindern. So. Ich weiß auch gar nicht, wie schnell das Ding tatsächlich befüllt. Das ist auch noch so ein kleines Problemchen. Ich habe gar nicht so viel Lust hier an den Tanks hier rumzubasteln. So. Das wird sehr viel manuelles... Manuelles rumgefrickel hier tatsächlich. Aber gut. Die Frage ist ja auch noch... Das ist ja richtig widerlich, ne? Mit dem Phasing. Ich habe 30 Grad. Wie hoch darf der maximale Druck sein? Das ist ja voll der Müll. Äh... So. Jetzt holen wir mal 73. Also um die 1000 Kilopascal. Das ist nicht so viel. Gar nichts. 1000 Kilopascal. Und danach... Ach du Scheiße ey. Das ist ja richtiger Scheiß. Weil hier müsste ich das Ding da oben irgendwie wieder steuern. Und dann müsste ich hier noch... Juck, das sind homöopathische Mengen. Boah, das ist ja richtiger Kack. Es ist so richtig. Ich brauche noch einen Druckregler. Wo habe ich vielleicht noch? Ach komm, ist egal. Bin ich gleich sowieso alles in Luft hier. Ich brauche einen Druckmesser und einen Gasdruckregler. Ich werde erstmal alles von Hand machen. Was soll da schon passieren? Ist heute alles sehr gut gelaufen bisher. Nein. So, ich brauche einen Gasdruckregler dazwischen. Äh... Den machen wir mal irgendwo... Hier hin. So. Hier muss da dran. Warum mixe ich nie viel Gas auf einmal. Immer nur Minimalmengen für die Verbrennung. Ja, mir ist gerade eingefallen, dass es gar nicht so dumm... Also das... Da passiert gar nichts... Also in Anführungsstrichen nicht so viel, ne? Weil das ist ja schon verbrannt in dem Tank. Da habe ich vorhin Mist erzählt. Der Tank, der wäre problematischer. Der hat auch ein bisschen was abgekriegt. Der Tank wäre zwar heiß, aber... Da würde nichts verbrennen. So. Wir stellen ihn einen auf. Ach ja. Tausend. Das ist echt nicht so viel, ey. Muss ich ganz schön oft laufen. Oder ganz schön viele Flaschen mitnehmen. Der würde aber andere Tanks angreifen. Dann geht es los mit der Kettenreaktion. Ja. Das kann schon sein. Das will ich nicht abstreiten. Aber der Tank wäre tendenziell jetzt nicht so... Schlimm gewesen, wie ich jetzt gedacht hätte. Zumindest wäre er nicht in einen riesen Feuerball aufgegangen. Was ist hier eigentlich Phase? Warum leuchtest du orange? Logik Schreiber. Auf was wolltest du denn schreiben hier? Das macht mir Angst, wenn hier irgendwas blinkt. Ist gut, dass ich dich benannt habe. Ah. Logik Leser H80. 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 Was ist überhaupt H80? Was ist H80? Was ist gut, dass ich mir sowas aufgeschrieben habe? Was war das? Der hat irgendwo mit verglichen mit dem. 15.000 wo sind hier 15.000 30 drin wer war der denn oder war der für den also gasro-analysator temperatur 303 kelvin das kann sein A2 und H2 womit vergleicht ihr denn hier Logikleser H80 Logikleser H80 1 und Logikleser H80 2 zu 2 okay keine Ahnung das kriege ich irgendwann für mich selbst wieder raus so den haben wir jetzt auf 1000 eingestellt den können wir jetzt da hin machen so den jetzt hier da hätte ich gerne noch einen Druckregler dran um zu wissen ob sich das Ganze für mich überhaupt lohnt so da brauche ich aber erst ein Stück Rohr gut so großes Boom in 3 2 2 1 das war zu viel wir gehen hier mal weg was zur Hölle hmm hmm wir kriegen den großen knall heute noch nicht hin das war eine verbrennung nicht nur überdruck dass das hast du recht ja aber kleines problem der druck ist viel zu schnell viel zu hoch gegangen nein 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 der druck ist einfach viel zu schnell zu hoch gegangen 30 grad es hat beides 30 grad ist eigentlich mein tablet geblieben also der druck war zu hoch das ist klar gewesen aber warum es dann warum es sich dann entzündet hat verstehe ich nicht also wir können ja noch mal kontrollieren hier also 30 grad 30 sogar nur 25 grad aus irgendeinem grund wo ist meine heizung geblieben die heizung von mir verabschiedet eine heizung ist weg ist nicht so cool ich glaube dann weiß ich jetzt auch warum der eine ding ist da hast du kliniker ich brauche eine heizung heizung so naja eure aussage war 40 grad so bin ich mir gedacht mit 30 grad hätte ich genug puffer da drin also keine ahnung ob das jetzt das problem war oder nicht das war vermutlich hier auch dann ja das hier ist der h80 heizer gewesen keine ahnung wo der geblieben ist der hat sich wohl irgendwo zwischendurch hiermit verabschiedet ist überhaupt h80 keine ahnung nein den hätte ich nicht umstellen brauchen 10er logik vergleich vorlauf nein logik vergleiche 80 18 ja so skarver zwar h80 sobald ich das verstanden habe der gaswischer ändert keine temperaturen der kann maximal das doppelte an druck das beide leitungen im mittel haben meine nein meine aussage war 50 grad du sagst dann 40 reichen jetzt sind wir bei 30 ja ok ok aber die frage ist wie kriege ich jetzt wie 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 also man hat ja gerade gesehen dass das per hand regeln halt ziemlicher müll ist weil das ding hier ist einfach so wenig volumen drin dass das viel zu schnell punkt ich kann dem ding aber nicht sagen wie schnell das pumpen soll na wie warm ist der tank was der da ich habe mir noch gar nichts drin ok wie drossel ich denn den bei dem scheiß den druck das müsste ich eigentlich über den vorlauf druck machen oder ja oder ich sitze da einen tank zwischen damit ich das ein bisschen besser kontrollieren kann ich will eigentlich nicht so ein tank von so einem riesen ding hier stehen haben in dein tank würde auch reichen was soll schon schief gehen so da war was ich wollte eigentlich ja hier auch noch was dazwischen gesetzt haben ich glaube du hast bisher die unterhaltsamste station hier ist folge verpasst ich brauche ein smart kanister und ich habe alles geklebt wie ihr disco dankeschön und jona danke wir brauchen ganzen ein paar brauchen wir hier so das ist das bausatz gasrohr speicher davon benötige ich noch drei was wird denn gemixt es wird lachgas mit sauerstoff gemischt nach lachgas mit wasserstoff ja ja vorlauf druck ist eine idee ich vermute mal dass ich aufgrund des drucks des gas verflüssigte im rohr daher kam die wärmeentstehung nur eine theorie naja jetzt unter 1000 kilo pascal ist ja nichts passiert aber ich müsste ja dann quasi wenn ich das eben vernünftig bauen wollen würde würde ich ja quasi direkt an die leitung anschließen ich werde erstmal testen und den scheiß zur not wieder abreißen oh gott so da fehlt noch was ich habe mich zugebaut ja also mal eine sache die die mal ganz ernst gemeint ist ich hätte tatsächlich nicht gedacht dass wir so lange station hier spielen deswegen bin ich tatsächlich aktuell schon nur liegen wie wir es auf dauer machen ich bin schon überlegen ob ich vielleicht zwischendurch sogar schon außerhalb des streams die ein oder sachen anderen sachen tatsächlich einfach aufnehme und machen werde momentan nicht so wirklich weiß wie ich sonst machen soll und eigentlich müsste ich nämlich mal so langsam mit ein paar anderen sachen tatsächlich starten oh harcon ich habe das so getan 3 explosionen ja du wirst dir das nochmal angucken müssen so nummer 1 gut da kann gerade nichts passieren ich denke der druck ist jetzt langsam auch wieder relativ wenig hier ja ja das war knapp ok noch alles roger ne machen wir gleich damage wenn wir alles abgefüllt haben dann kann ich speichern ansonsten der autosave ist gerade auch durchgelaufen mal gab es nicht so ein lied mit boom 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 von den wenger boys boom 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 da 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 hört mal die schrumpchen das müsste genau schrumpchen zeit gewesen sein ich wette das war auch voll schrumpchens mucke bestimmt so haben wir das machen wir jetzt gleich vier flaschen nuss fertig ah ja das kennt man ok aber was also rausgesetzt man würde das bauen wäre es halt sinniger den druck der gase vorher zu regeln damit ich hier gar damit man gar nicht so viel druck aufbauen kann wäre natürlich sinnvoll das ganze zu automatisieren dass er nur bis zu einem gewissen druck überhaupt pumpt aber mit dem vorlauf druck hat glaube ich auch keine automatisierung eine chance dass ordentlich abzustellen kann ich mir das zumindest nicht vorstellen weil der druck einfach pro tic zu schnell steigt so hallo ich grüße dich schön dass du da bist und vielen lieben dank für dein abo im 20. monat dankeschön 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 die die vielen vielen lieben dank 28 monate das ist schon krass ganz heute sehr krass ich war bei einem streamer den ich sehr oft schaue im stream da war jemand der hatte 90 monate voll gemacht dass man sich mal überlegen 90 monate ich finde das hier schon immer sehr krass aber das sind so zahlen leckung so muss eigentlich noch was gemacht werden hat steht da hat steht da gas treibstoff generator requires an atmosphäre auf 20 kilo pascal 278 kelvin 2 328 wie soll ich denn 20 kilo pascal hinkriegen ohne dass der scheiß das geht doch gar nicht es ist nur das außen drum sein muss ah ok ok ich bin jetzt vom vom eingangs gas ausgegangen ok mann ich wollte doch nur eben schnell was ausprobieren ich dachte das ist wie ein diesel generator rein damit strom an fertig warum muss das so kompliziert sein ist das ätzend ist das ätzend ist da noch ein scheiß kack raum drum herum bauen pass mal auf und das ding fliegt dann in die luft weil weil es zu heiß wird ok also das ding wird irgendwann zu heiß entweder stellt es sich auf oder es wird wie in normaler stationiers manier einfach in die luft fliegen das heißt ich müsste den kack auch noch irgendwie kühlen sehe ich das richtig bevor ich jetzt irgendeinen scheiß zusammen fricke muss ich den kack kühlen ja muss ich weil das steht ja ich muss ja maximal 328 grad kelvin ach was ein wichs ey ich gehe mal davon aus dass das ding relativ schnell heiß wird was mich auch sehr stört da ist gerade dass ich jedes gebäude total die wissenschaft wären weiß natürlich nicht wie schnell das ding was aufheizt aber ich gehe mal davon aus dass es unfassbar schnell geht kurz überlegen was wollte ich machen fenster fenster ja fenster das problem ist ich kann das halt auch nicht so bauen wie an dem ofen dass ich das von außen bedienen kann das heißt ich muss schon wieder in dem raum sein oder ich muss das ding anschalten können wenn ich außen bin so glas scherben scheiben grundstoff ich habe keine eisen fenster eisen wende machen wir machen wir 5 bis 55 grad läuft der generator problemlos ja mein großes problem ist ich weiß gerade nicht wie schnell das ding heizt war das eigentlich eine minimum oder maximum gas wert jetzt war ein minimum wert aber gibt es auch maximum wert der da nicht bei steht weil das spiel nicht so viel lust hat mir irgendwelche informationen zu geben wie mache ich das denn und Es gibt eine coole und simple Lösung bei Roger. Oder man kann es kompliziert lösen. Ich bin gespannt, was es wird. Es wird natürlich nicht eine Roger-Lösung, Jonas. Wie denn auch? Ich kenne das Spiel nicht. Ich habe es noch nicht gespielt. Roger, der hat, man weiß ich, wie viele Stunden da schon drin und weiß auch, wie er das Ding zu handhaben hat. Bis gerade wusste ich nicht mal, dass ich eine Außentemperatur haben muss. Ach, eine Außenatmosphäre haben muss. Von bestimmten Werten. Also rechne hier nicht mit irgendwelchen Mörderlösungen von Roger. Die wird es hier nicht geben. Zumindest nicht jetzt. Wahrscheinlich auch nicht. Hier dieses Loch. Ich brauche Frames. Mal da reinfallen. Ist ja furchtbar. Ja, gewöhnt euch schon mal dran. Wir werden heute nicht mehr meinen. Wie ihr seht, es dauert fünf Jahre. Ich meine eher die Löwen mit der Kühlung der Atmo. Was stand da? 20.000 Kilopascal. Äh, wie viel war schon da? Ich habe die Zahl gerade nicht auch im Kopf. Was stand da gerade? Wie viel? 20 Kilopascal. Das ist ja nicht so viel, ne? 20 Kilopascal. Das ist ja nicht so viel, ne? 20 Kilopascal. Die man da reinpumpt. Oder man saugt die innere Atmosphäre und jagt die durch einen Kühler und durch eine Kühlung. Witzigerweise würde sich der Kack wahrscheinlich sogar irgendwie sehr sinnvoll sogar mit dem Sterling verbinden lassen. Aber das ist mir jetzt zu kompliziert, irgendwas so da hinzubauen. Ich glaube, das Einfachste ist gerade einfach mal zu versuchen, das Ding mit, mit Außenatmosphäre zu fluten und gleichzeitig wieder abzuziehen. Aber das wäre das Einfachste. Das Blöde ist, dass ich definitiv nicht an Automatisieren ohne Ende vorbeikomme. Und das wiederum übertrifft alles, was ich eigentlich hier machen wollte an Aufwand. Stark, jetzt habe ich nicht mal das... Ne, so will ich das nicht. Ätzend ist auch, wenn ich da jetzt nicht mit drin stehe, kann ich ja nicht mal sehen, was das Ding tut. Ist das ein Problem? 20 Kilopascal ist nicht viel. Ich kann mich da auch einfach mit reinstellen. Ich kann mich da einfach mit reinstellen. Ich muss es etwas größer bauen und stelle ich mich da halt mit rein und fertig. Dann baue ich hier einfach eine Billow-Tür mit rein. Lass das auf. Bestimmt voll die gute Idee, sich neben so einen Generator zu stellen, der mit irgendwelchen komischen Gasgemischen gefüllt ist, die jederzeit explodieren können. Aber, ja. Kann man machen. Wäre das einfach ausprobieren. Ich probiere das jetzt mit aktiven Vents aus und werde einfach versuchen, die Atmosphäre zu nutzen. 20 KPa ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, ein Vent schafft das relativ schnell. Ich meine, das sieht man ja hier. Wie schnell schafft es hier, der Vent auf, wie viel einzustellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rund 6 Sekunden für eine Atmosphäre von 20 KPa. Das heißt, in Anführungsstrichen in 6 Sekunden habe ich einmal die komplette Atmosphäre da drin getauscht. Was hattet ihr gesagt? Maximal wie viel Grad? Jetzt muss ich gleich mal schauen. Das heißt, ich brauche eine Automatisierung für die Temperatur und ich brauche eine Automatisierung, um den Druck zu senken. Das heißt, zwei Vents, zwei Automatisierungen. So, was, 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 was wollte ich hier überhaupt? Bin schon wieder komplett lost. Worte Frames, noch mehr Frames. Wollte ich noch. Vielleicht mal diese ganzen Flaschen hier weg tun. Eisenfenster habe ich. Ich brauche noch eine Tür. Hier. Bausatztür. Ich würde denken, ich habe so eine riesige Rakete hinten dran an mir. So. So. Das sieht schon. Achso, okay. Das heißt, ich brauche eine, ein Fenster. Sprungchen darf sich übrigens immer noch nicht beschweren, sonst ziehe ich hier den Rock wieder aus. Das hört sich falsch an. Bei Uni. Impositeur. Manuelle Klappe. Okay, noch nicht. Die nehme ich mal. So. Ich habe auch keine Eisenbleche mehr. Ich glaube, das war gefährlich nah an dem Rotor. Ich sage nix, weil so abgemacht, dann ist gut. Eisenbleche. Eisenbleche. Mal im Ernst, wie lange hat das jetzt gedauert, bis ich den kompletten Plan für heute umgeworfen habe? Zehn Minuten, Viertelstunde. Furchtbar an diesem Spiel. Er macht sich einen Plan und er wird einfach komplett hinfällig nach ungefähr fünf Minuten Spiel. Oh. Die MK2-Flaschen sind nicht isoliert. Ja, recht schnell verworfen. Ist aber auch normal. Ja, ich habe da vorhin auch drüber nachgedacht, wie problematisch das werden könnte. Bin zum Schluss gekommen. Lass ich es mal abwarte. Oh Mann. Ja, ja. Ich kann eigentlich keine isolierten Gasflaschen bauen. Theoretisch sollte es hier kein Problem sein. Doch, habe ich kein Essen mehr. Abfalltank, Warnung. Warum kein Nord Stream 3? Nee. Abfalltank, kritisch. Bringen Sie sich. So. Also, wir haben hier was. Und wie läuft das jetzt? Wir sind davon, dass ich da nicht draufkomme. Ah, easy. Ist ja voll super. Die auch von innen bedienen. Okay. Dann ist er gut. So. Was soll hier drin schon passieren? Das Blümme ist, dass ich den ganzen Mist jetzt eigentlich nur zum Ausprobieren mache. Entweder komme ich zum Ergebnis, dass es total der Müll ist, dann baue ich es auf jeden Fall ab. Oder ich komme zu deinem Ergebnis, ey, das macht ja voll Sinn, das so zu benutzen. Und merke dann, hm, das muss ich ja doch wieder abbauen. Also eigentlich muss ich es sowieso wieder abbauen. Es ist egal, welches Ergebnis ich dabei bekomme, ich muss es eh abbauen. Also alles, was ich jetzt hier baue, ist nur für die Wissenschaft. Hallo. Könntest du das bitte machen, was ich dir sage? Ich will das jetzt bauen. Danke. Ja, das geht da rein. Ja, keine Ahnung, ob der Tank reicht. Das werden wir dann sehen. Hier müssen die Dingels rein. Läuft. So. Was brauchen wir hier drin jetzt noch? Also, wir haben alles soweit isoliert. Fenster sind alle drin. Ja. Ja, ja, ja. Gut. Also, ich brauche einen Gassensor. Ich brauche jede Menge Logik. Ein paar Rohre, zwei Ecke Vents. Kabel, habe ich noch. Logik. Die brauche ich noch. Ich brauche nur, wenn es sieht nicht dann aus. Die Entlüftung. Dann brauche ich natürlich auch zwei passive Entlüftungen. So, passive Lüftung. Was brauche ich noch? Ich brauche Ne, eigentlich brauche ich das nicht. Gerade überlegen, ob ich noch Ventile brauche, aber eigentlich bräuchte ich die nicht. Der aktive Vent ist ja oder? Ist blöd. Der aktive Vent ist gleichzeitig halt auch ein Dingens, Ein, 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 ein Rückschlag Ventil, ne? Ja, müsste. Es müsste so sein. Ja, also, ich brauche einen passiven Vent von hier. Passiven Vent drin und ich brauche und ich brauche passiven Vent hier. Hier brauche ich es genau umgekehrt. Altrum. Weil ich das Ding ja sowieso bis 50, ne, 55 Grad habt ihr geschrieben. Das ja doch nicht so viel sind das mit dem Sterling zu. Das macht gar keinen Sinn. So, jetzt muss ich ganz zum Quatsch noch irgendwie automatisieren. Ich habe den Sensor vergessen. und der lohnt sich hoffentlich, den ich hier gerade betreibe. Also, eigentlich lohnt er sich nicht, weil ich sowieso genug Strom produziere. Passive Luft. Ja, du hast recht. Das macht keinen Sinn. Eigentlich macht das keinen Sinn, weil ich sowieso genug Strom produziere. Aber man muss ja wenigstens wissen, welche Möglichkeiten es gibt. So. So. Wir haben einen Wend Zufuhr und Abfuhr. Dann weiß ich wenigstens, ob ich den Quatsch da noch machen muss oder nicht oder ob ich das Lachgas demnächst sowieso bei 160 Grad Lager Wollte ich hier trinken. Ja, wie steht ihr denn da tendenziell zu, wenn es demnächst mal Videos gibt, die nur auf YouTube erscheinen? Das ist ein seltsames Konzept, was ich so noch nicht gefahren habe. Viterien austauschen in der Brille? Ja. Da wäre es nicht so wichtig gewesen. Was ich eigentlich auch so nie machen wollte, aber ich weiß sonst nicht, wie wir überhaupt Stationiers beenden sollen, weil gefühlt sind wir in zwei Jahren noch nicht fertig. Alle, die jetzt schreien Yay! Irgendwann soll es aber mal vorbei sein. Ich finde es auf jeden Fall mal interessant, wie du ohne Streamantien rangehst. Ich finde es gut, dass du dran bleibst. Also ich glaube, wenn, dann würde ich Sachen wahrscheinlich eher, also richtige Bastelsachen würde ich glaube ich eher Richtung Stream verlagern und YouTube halt eher so umbauen, mal vielleicht ein bisschen minen gehen oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass ich großartig basteln würde. Es sei denn, ich müsste lange Pause machen. Das könnte halt aktuell auch sein. Eigentlich steht für mich fest, dass ich mal irgendwann in nächster Zeit auch mal tatsächlich was bei Uni wieder starten muss. Sauerstoffstand, niedrig. Sauerstoffstand, kritisch. Niedriger, Druck. Druck, kritisch. Mein Gott, Stationiers ist nicht so schnell zu beenden. Gibt ja auch noch andere Planeten. Ja, das könnte natürlich auch sein, dass mich das sehr reißt, nochmal auf schwierigeren Planeten irgendwann zu spielen, wenn man mal so alles gesehen oder gemacht hat. Grob. Gut, aber das ist aktuell nicht das Thema. Einen Sensor brauchte ich noch. Ja, kann ja. Ich lasse ihn mal durch den Kopf gehen. War nicht so weit für unser Windows-Projekt. Nee. Rief in die Nein. Ich brauche Drahtschneider. So. Automatisierung. Yay. Also, ich brauche als erstes Laser. Den ganzen Arsch voll davon. Also, Logik Laser. Dann brauche ich... Muss ich auslesen oder mal die Temperatur auslesen und einmal den Druck auslesen. So. Was brauche ich noch? Ich brauche definitiv zwei Memories. Was benötige ich denn noch? Ich brauche zwei Vergleiche und zwei Writer. Schreiber. Schreiber. Und zweimal Vergleich. Ist auch richtigen Schreiber genommen? Ja. So. Dann können wir den ganzen Quatsch hier zusammen tüdeln. Lü-lüdh-lüdhü-lüdhü-lüdhü-密. Miss Quatsch. Okay. Zum Glück habe ich ein bisschen was vorgebaut. Ich muss mich entschuldigen, habe offensichtlich das letzte Mal gefettfingert im Taschenrechner. Es sind 1,33 Batterien pro Sturm, pro Windturmine und nicht 13. Guck mal, dann kommst du also auf 13 große Batterien. Guck mal, da haben wir das gleiche Ergebnis. Aber ist kein Problem, jeder von uns macht Fehler, es ist wichtig die zuzugeben. Ich mache übrigens nie Fehler, wie man heute gesehen hat. Nö, 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 nö. So, noch einen hin. Okay, 1,1 passt. 3, 3, hier fehlt einer. 3, 3 und die beiden fehlen auch. Der fehlt auch. So, ich glaube, dann habe ich alles. Dann lasst uns den Quatsch mal zusammen vertüddeln hier. Also, Logik, Reader, Gas, Temp. Weg, Reader, Druck. Dann, Druck. Temp. Dann, Reader ist, äh, äh, äh. Weg, Reader. Ausgang. Vergleich, Temp. Und, Druck. So, dann ein Stromzieher. Also, wir fangen an. In ist der Gassensor. So, wir brauchen den Druck. Äh, eigentlich, ja, doch. Doch. Brauchen, brauchen wir keinen Strom. Falschen verbunden. Na, tolle Wurst. Wird hier auch gemacht? Nö. Wollen wir nicht meinen. Habe ich schon ein paar Mal gemacht hier. Da wollte ich wohl zu schnell fertig werden. So. An. Der Druck. So. Dann. Scheiße, ich muss noch mehr rauslesen. Fällt mir grad auf. Muss ja einmal. Ja, ich hab beim Einlass habe ich zwei. zwei Kennzeichen. Einmal der Druck. Wenn der Druck zu niedrig ist, dann muss ich natürlich reinpusten. So wie jetzt zum Beispiel. Oder wenn ich reingehe, verliere ich natürlich Druck. Und natürlich die Temperatur. Gut. Aber ist erstmal gerade noch egal. Ähm. In ist der Gassensor. Das war. Temperatur. Und das soll der Druck sein. Gut. Haben wir. Ähm. Okay. Das heißt, ich habe zwei Kennzeichen. Entweder ist die Temperatur zu niedrig. Oder. Äh. Die Temper... Nee. Entweder ist die Temperatur zu hoch. Oder. Der Druck ist zu gering. In beiden Fällen muss ich Gas reinballern. Heißt, ich brauche... Ach. Ich brauche hier noch ein bisschen mehr. Nämlich... Einen... Ja. Ich brauche noch einen Logikvergleich. Mit einem zusätzlichen Memory. Oh ne Scheiß. Könnt ihr mir folgen? Wenn ja. Alles gut. Wenn nein. Dann dürft ihr natürlich auch gerne fragen. Was ich mir gerade hier für einen Quatsch überlege. Hier soll niemand mit einem riesen Fragezeichen auf dem Kopf rumstehen. Ja. Genau so wollte ich es. So. Haben wir das. Ich muss gleich noch überlegen, wie ich das nenne. Okay. Als erstes machen wir jetzt mal, wenn der Druck zu hoch ist, soll der... Druck... soll der Vent-In anfangen rauszupumpen. Das Haus aus Logik bei Stein und mittendrin ein Generator. Für wen läuft der Generator? Das weiß ich nicht. Das ist eigentlich nur... Eigentlich wollten wir heute nur was testen. Eigentlich wollte ich nur einen blöden Kack-Generator testen. Um zu wissen, ob sich das lohnt oder nicht. Wahrscheinlich denke ich gerade wieder viel zu kompliziert. Und bastel hier irgendeinen Müll zusammen. So. Also. Ihr habt gesagt, die... Nee, stopp. Der Druck. Hier oben machen wir den Druck. Minimumwert war 20 kPa. Ja. Äh. Äh. Ich würde sagen 30. 30. Ich bin gerade irgendwo liegen, waren das jetzt. Ich glaube, das war KPa, was er hier liest. So. 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 Das heißt, ich muss jetzt vergleichen. Vergleichen. Druck. Also. So. Hm. Ich brauche Logik-Leser. Druck. Und den Memory-Druck. Das kann nicht richtig sein. So. Gut. Passt. Äh. Dann Out ist dann Logik-Schreiber-Schreiber-Ausgang. Achso. Ausgang. Ist das der Richtige? In ist Vergleich-Druck an Abfuhr. So. Den stellen wir jetzt nochmal um. Auf Les sagen an und dann sollte der laufen. Terroristisch? Nö. Gut er nicht. Weil. Die aktive Entlüftung Ausfuhr. Aber warum nicht? Er scheint ja verbunden zu sein. Ist doof. So. Den Fall schon raus. Open. On. Ah. Ok. Ich fahre. Ja. Ich muss da eigentlich eine scheiß Batterie zwischensetzen. Sonst habe ich gleich keinen Strom für die Logik-Bausteine. Guckt er das was er soll? Mir passiert hier gar nichts. Ok. Wir brauchen eine Notstromversorgung. Tschu. Mh. Oh. Wie hat er die jetzt genannt? Tschu. 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 Dann müssen wir das halt hier kappen. Auf damit. Das ist nicht so viel Batterieleistung, wenn man bedenkt, ob wir hier vorhaben. Naja. Äh, so, und das Ding. Das ist natürlich an den richtigen Kreislaufballern. Und dann testen wir das zum Sturm hin und dann fliegt uns hier alles in Rion. Die Wind sind beim Einsaugen von Atmosphäre 8000 Liter mal 2 kPa schneller als beim Auspusten mit einem Rohr. Äh, ja. Ja. Okay. Ich hab nur keine Ahnung. Also gut. Das, ja. Eventuell platzt uns hier irgendwann den Raum weg halt. Ähm. Ich weiß halt auch nicht, wie schnell das Ding Hitze produziert. Deswegen probieren wir das einfach so aus. Vielleicht reicht's ja um 5 Minuten Erkenntnisse zu kriegen. Würde mir ja schon reichen. Damit das klar ist, ne. Das ist kein Setup da hinten, was für ewig da bestehen bleibt. Geht einfach nur da drum, um rauszufinden, ob wir das irgendwann mal nutzen können wollen. Ob das Sinn macht, ja oder nein. Das muss jetzt hier kein perfekter Mist Setup werden. Sondern einfach nur, um zu gucken, ob das irgendwie mal Sinn machen könnte. Wend sind beim Einsorgen von Atmosphäre. Ich guck's mir sofort an. Hab ich das jetzt vertauscht? Geht mir noch was zu essen, mich nervt. Dieses Geräusch gerade massiv. Achtung, Hunger. Was heißt denn jetzt beim Einsaugen? Das heißt doch, wenn die in der Atmosphäre... So, der soll doch... Der soll doch von außen da rein pusten. Und der soll von innen nach außen pusten. Das sitzt doch so richtig rum, oder nicht dann? Also ich weiß jetzt gerade nicht, was hier passiert. Das versuche ich noch rauszufinden, weil ich mir einfach nicht merken kann. Ja, so ist doch richtig. Hätte es die Atmosphäre hier rausgezogen. Oder? Eher oder nicht? Wend auf ein KPA gestellt. Äh... 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 Ich nehme Speicherdruck, lose Gläserdruck. Wend neu bauen hilft. Äh... 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 Oder bin ich jetzt blöd? Und der saugt von außen und soll nach innen reinpusten. Ja, aber dann habe ich das doch die ganze Zeit richtig gemacht. So, Entlüftung. Abgang. Außen ist noch. So. Dann muss ich das jetzt noch an den ausstellen. Ich habe das gerade so verstanden, als hätte ich die jetzt falsch rumgesetzt. So. Ausgabe. Am Abgang. In ist Logikvergleich Druck. So, sieht der jetzt was? Sieht richtig aus. Ja. Gut. Hier das funktioniert. Jetzt muss ich den nur noch richtig einstellen. Nämlich auf Radar. So. Das heißt, über 30 kPa soll er dann rauspusten. Gut. Next. Also, das erste Merkmal ist, wir müssen über, also wenn wir über 10 Grad kommen. Also, 283. Äh. 283 Kelvin. Wenn wir da drüber kommen, dann soll die Kühlung laufen. Richtig, richtig. So, den haben wir. Logik vergleicht Temperatur. Das ist einmal der Logik Lasertemperatur und Logik Speichertemperatur. So, wir sind jetzt gerade über, nein, wir sind unter 10 Grad. Das ist so richtig. So, du kannst dir Invent sagen, wann sie aufhören sollen, obwohl sie laufen und du hast versehentlich beim Einstellen der Loop das Teil auf 1 kPa gestellt. Ja, dann ist es so. Den Writer brauche ich noch, aber ich brauche natürlich hier noch den Logik Vergleich von Minimumdruck. Also 20 kPa. 20. Und dann brauche ich auch noch gleich einen Logik Rudergatter. Heißt, Logik, Laser, Temperatur. Ne, Logik. Bei Temperatur haben wir gemacht. Druck sind wir. Erstmal brauche ich den Sensor Druck. Logik Laser. Druck. Druck. Dann brauche ich den Logik Speicher. So, wir sind jetzt, also ihr müsst jetzt 1 sagen auf. So, passt. Jetzt gerade unter 20 kPa. Also 1, das passt. Jetzt brauche ich noch ein Oder-Gatter. Besser war kein Aufwand für so einen Scheiß-Generator. Logik Gatter. So. 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 Klaatschneider. So, zum Glück hat er es vorgebaut, wenn ich nicht erwartet habe, dass ich das alles heute schon verbrate. Also Kabel sind immer schnell weg. Stark. So, machen wir das. Jetzt muss ich haben ein Oder-Gatter oder Input ist Logik-Vergleich und Logik-Vergleich-Temperatur an. Einer von beiden sagt 1, weil die Temperatur natürlich, ach der Druck natürlich nicht passend ist. So, und das Ganze müssen wir jetzt noch schreiben auf. So, In-Slogik-Gatter-Out ist aktive Entlüftung-Zufuhr. Und Ron. Er kriegt eine 1. Die Logik-Gatter sagt 0. Das heißt, ich gehe mal rein und kontrolliere mal von innen den Druck. Druck steigt. Gut. Kann er nicht ganz genau halten, ist aber nicht so schlimm. So. Alles klar. So, dann können wir den ganzen Mist hier gleich in die Luft jagen. Mit dem Generator. Nach einer kurzen Pause, beziehungsweise für die YouTube-Zuschauer in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt, wenn es euch gefallen hat. Liken, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zum großen Bumm. Macht's gut und tschüssi! Tschüssi!